Jaja, hier Von den Razor gewünscht Dinge, die sie bei Counter-Strike nicht tun sollten Yo, what's up Megas, my name is Razor Und dazu haben wir den Loy-Man Und wir präsent Wissen von mir Kauf dir erstmal Osterasen, Alter Und fahr Vanity, dann in Backfischel Digga, es war gerade erstmal Weihnachten, was ist los bei dir? Hey, es ist bald Ostern, ja Es ist bald erstmal Valentinstag Interessiert mich nicht Ja, ich auch nicht, ich hab ne Hand Erstmal hier und dann noch Davon bisschen was, ja Ja, er takt die ganzen Nades und so Mhm Mhm Aufwärmphase vorbei Wenn seine Musik ist'n das, Allah Darf ich mir die Achso, nee, das ist Fernseher, Leute Fernseher Da hab ich die Fresse Ja klar, jetzt kommt der hinter mir hier Was ist denn das für eine Karte? Darauf schießt du doch, oder mich? Sag mal, wir sind doch hier aktive Dienstgruppe, ne? Fuck Oh fuck, wen bin ich jetzt knapp, Giant? Oh, Lukas, gut Ahhhh Ahhhh Ja, wir haben ihn mal durchschieben Zack Warum müssen das kein das? Hallo, warum müssen das kein das? Keine Ahnung Eigentlich wollte ich das taten, aber er hat Ja, ich wollte das nicht haben Zack Egal, fick dich Jetzt wird hier Train gespielt Oh, der Hohensohn Gehe ich erstmal eine Runde Mittelllane Weil wir ja hier auch bei League of Legends sind Wo geht's denn hier ab, hier? Komm Das ist doch eine Porno-Darstellerin, Dude Darf man sowas auf YouTube sagen? Porno-Darsteller Warte, ich sag mal ganz langsam Ich denke mal Porno-Darstellerin Mh Damit ihr das auch bei Google eingeben, ghe Alken Autsch Ich hab mir grad selbst in die Eier getreten So Und jetzt, Zier Flächen Dinge, die ich nicht tun sollte Flächen, Dinge, die ich nicht tun sollte Flächen, Dinge, die ich nicht tun sollte Hashtag One Scheiße Eine Flash Nate an die Wand werfen Und an die Nate gucken Hinten Flasht dich gerne selbst, oder? Ja, der ist so geflasht von sich selber dann Kennst du das? Yow Dann wann, wenn ich nachlade? Die Bessen jetzt bei mir Hauptsache ich hab zwei menschliche Gegner So wie man es wieder mal nicht tun sollte die man nicht tun sollte weil ich sie lieben gerne trotzdem tut also wenn ich einfach mal sehen ja vor allem mit einer ase die eigentlich mit einer sg die zwei schuss brauchen aber ich hole ich hole ja ich mach das hier um die ecke gucken die man nicht tun sollte man sollten nicht anubis sein was nicht zu sein darauf könnt ihr neidisch sein oh jetzt kommt der schlechte rap wieder raus gegen meine wien sieht flair aus wie eine kakalake das stimmt doch man ist der tätschert mit einem 4h4 ich weiß nicht was du hast anubis aber hör mal auf vor mir rum zu rennen der ist die ganze zeit schon hinter mir vor mir bist gerade auch nicht weiß dass du dich gerade rumgedreht hast jetzt hatte ich mal einen von euch vor der frettung wieder geflogen ist einfach nur aber ich habe dich auch vorgewarnt hast du nicht nein 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 sagen die man nicht tun sollte man sollte ihn nicht vorwarnen er bestreitet dinge die man nicht beim schießen stehen bleiben wenn ein feuergefecht unterwegs ist dinge die man nicht tun sollte man sollte den potz nicht zu hoch halbstellen ich halte den stand drauf der kleine nigger wurde von mir getötet nein das war kein rassismus nein nigger sind nicht immer klein guck die nba an ich will elo tricks das witzige ist ich weiß genau hinter mir ist jemand aber da schießt auch jemand wie schnell die einen weg holen erholt er mich wenn du dich mit dem meister anmähst nein meister ich weiß es liegt und pum eigentlich sollte ich ja verlieren aber gegen euch ist das zu einfach und ey guck mal da liegt die LP an alter hab ich die fast auch geholt ja wie elo tricks alter und er gibt mir One-Shop Dad sinntlos und der Gehebensaufen das kannst du nicht collecten häl Zack, Patent ist angemeldet, wa? Fuck! Too late, man! Nigger! Connor hab ich geholt! Medal of Honor, hier! Connor ist Medal of Honor! Nein, man! Fünf Henner! Fünf... Nein! Fünf Cent für arme Schlucker! Fünf Cent für arme Schlucker! Bitte töte ihn! Alter, wieviel Magazin haben die denn nur? Das ist ja mal richtig hart, ey! Ja! Haben wir den Treffekt? Der Bot will ne Treppe hochgehen, killt mich aber währenddessen! Was denn da los? Alter! Hardcore! Ich bin erster! Ich bin... keine Ahnung, aber ich mach Minus! Das ist das Map! Yo, Leute, reißt von mir erstmal Kills weg! Lass mal Ostend Osterhaven! Ach, Scheiße! Ah, Nigger! Ich sollte mal besser, schlechter spielen! Ja, Dinge die man nicht tun sollte! Ja, und stattdessen bin ich hier bester in der Runde! Was für Noobs! Und dabei bin ich scheiße! Ja, wir sind alle scheiße, guck doch! Oh! Wer hat mich geholt? Brett! Nee! Rett! Hier! Weil er geil ist! Rett! 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 Bitte töte mich! Alter! Halt mal die Fresse jetzt dahinten! Halt! Ah! Kack! Puh! Ich hab ihn mal! You got it! Ich hab einen Rundschopf reingeschaltet! Bück dich doch! Ich komm da raus! Instant! Werd's! Warum bückt der sich denn nicht? Was habt... Ach das ist alles... Leute, wir müssen da nochmal ne bessere Runde auf das drehen, aber... Yo! Alter, wie viel appeal das denn noch? Voll! Ich hab dich geimpelt! Ich hab den Allotricks aus mir rausgelassen! Und jetzt nochmal Mittellane hier! Jetzt... Ich hab... Er hat noch nicht mehr... Er will nochmal! Einfach weil Chase ist! Conner geholt! Na! Da krieg ich doch direkt mal den Harten ey! Nimmst du das grad schon wieder auf? Ja! Ja! Einfach nur um deinen... ...zu beweisen, dass ich scheiße bin! Guck mal, der steht vor mir... Halt mich schon wieder auf den Dreckscamper-Bot! Der steht vor mir, weil ich sie sieht mir den ersten Moment nicht... ...und statt ich treffe, verfehle ich! Dachst du nicht skill? Weißt du, dieser Moment, wenn du einfach nur deine Leute aus deinem Team siehst... Ja! Hat der dich geholt? Wenn du hallo schickst! Ja! Aber er sagt so, no fucks given! Ich geb dir one shot! In einem Rennspiel aus 20.000 Kilometer Entfernung... Ja! Ja! Ich bin gestorben! Wie geil! Ja! 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 Das 2! Ja! Ja! Das 2! Ja! Ja! kann es losgehen hier ja man kann losgehen mal ganz ehrlich ja jetzt mal ganz ehrlich küsst mir so an ey ich hab einhändig gespielt feigen sie einen ping oder 5 57 46 ja oh mein gott hat mich der Oster-Arche besucht und hat gedacht ich wäre ein Leckstein ey welche Waffe spielt ihr jetzt am Anfang ich spiele immer mit der selben Waffe M4 ich spiele immer mit meinem Penis das ist die beste Waffe ok das fängt schon wieder so an das Video wird wieder zu Tode getaggt Aufwärmphase oh ja kribbel in meine Ohren ich wette das Video wird wieder zu Tode getaggt die Tode getaggt auf 9 tag auf 9 fack so die machen wir fertig oh komm hier hopp gib mir Waffe soo ja ich geh mal hier zum rip brother nein du gehst nicht zu mir ich war gerade bei Dingens bei Läumen jetzt muss ich rücken oder ich will gegen euch verlieren hallo ich will Loot sein bist du endlich hier M4 Huren Dingestein Alter was du das jetzt jo er schießt mich erstmal an Wichser wenn der Knochen mich so würde der würde mich direkt bannen aus dem Game ja siehst du da hier siehst du da kennt einer von euch den Knochen der Knochen mh der ist ein guter Freund von mir und der denkt ich wäre oder ich hab dir mal ein CSGO KD von mir gezeigt ach äh CSS KD okay so und jetzt denke ich so weil der ziemlich beeindruckt von der KD war dass ich denke dass er da hat er mich weggesnackt ja man ich hatte wohl noch genug Zeit nachzuladen HA hab ich dich schon oft getroffen ja doll doll man LP erstmal hier campen das verfolgt mich das verfolgt mich das verfolgt mich das verfolgt mich du ein scheiß alter zack ich bin tot ich bin direkt um die Ecke und jetzt ich bin mir ja schon tiefer kommt ein Mann um die Ecke ist die Ecke weg nein ich hab ihn doch gebetet du doch ein dreckiger ich bin so ein Spasti ne ich bin so kacke in CSS äh CSGO und ey ihr sterbt nacheinander hier ey wenn mein Kollege Philipp dann sehen würde dann würde er euch eiskalt auslachen oh ich bin so behindert ja wie trifft der die ganze Zeit anal wie trifft der die ganze Zeit anal ok ich hab ich super noch die mit sorry dude ja der kommt ganz von hinten lukas du hast zu lange gebraucht der braucht immer zu lange oh komm 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 wo bleibt denn der nicht komm ich kippe bisschen heck auf oder der Klinkel komm ich mach dich jetzt instant auf Eck hier ist ja gar keiner mehr nein er kam da er kam einfach zack Prost da Hase Leute was ist denn los bei dem Digga was ist denn los bei dem ich schwör der hat doch hackern ja der Bot ne voll krass alter ja der krass besser geht nicht besser geht nicht ich drehe meinen Kopf um zu gucken auch da stand zwei das geht nicht ab jo detikett mich die ganze Zeit ja bis jetzt mal krieg weiß was jetzt mal komm ich andersrum hier anderes Ufer und so komm nice Derek nice Warte Mann kill Scheiß kill Scheiß kill Scheiß kill von mir wo schießt denn der Bot hin ja Hala er spawnt ja als ob der Bot wusste dass ich da sitz ja das wusste ja auch nein respawn schützen geht nicht opsache lol holt mich ein das ist irgendwie lol lol man ja ja lol ja lol hier nervt mich denn hier Whatsapp ey das ist so random alter schafft euch nie Freunde das wirkser die also ich will jetzt nicht sagen ich bin von hinten lollman ist schon einer davon ne oder so tot wussten ja zwei seine rennen 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 hinter mir steht instant ein sniper trifft mich nicht okay nette waffe in der wand im übrigen Lukas das nächste mal lässt du wieder nicht fliegen ne da kommt der um die ecke alter holt mich der der jassen killer ist alter und habe ich die mv1 ist schon scheiße aber naja für bot der reich zählt der wird der auch kein killer nicht so wie der jaff mann hast du denn jetzt mal gesehen alter erholt sich der vor genau so und dessen mehr als er denn das ist der märme er wird schon der mir den kill ich wollte so von hinten voll weißt du so hohe er hat so bemerkt er will er einfach mal hin äh ich gehe One-Shot Dinger links rechts links rechts ja klar Alter holt er mich auf Elotix und wir flamen ich wollte doch noch verlieren in der Städte spielt die Karte als Täter schmiedlich ja auch schon wieder mit dem verlieren Alter bin ich scheiße und wird schon wieder tot und der Weg das mal dominiert sagt der erste wieder weg und von mir im Stand wir haben die Acker weg der hat's drauf der Kerl einfach drauf von Walter komm ich hol mir jetzt den ersten Platz zurück einfach weil ich kacke bin ich bin so kacke dass ich nicht mal verlieren kann dass die Kacke am Tampus die Damm ich hab ne Errungenschaft still alive wie schwul alter bleib am Leben zack das Death hol die euch ich muss ihn holen und ich hol Death oh und Jeff hat mich geholt wenn du auf der Karte guckst und du während dessen aber ein klicken deiner Waffe hörst Raffelhust 1 wo ist Jeff kacke Derek hat mich geholt voll bei schönem Bild von Derek oh das ist Foto G oh ich bin tot von Jeff und und ich bin tot Jeff mein Name ist Jeff dann herrn wo sind die Noobs ach ja, das bin ja ich Barmalta, nächste Augenschaft ich bin noch recht behindert irgendwie verfehlt das Video wieder voll sein Thema, einfach nur, weil ey, ihr hättet den Kill gerade sehen sollen oh, wie behindert, Alter ich bin doch so verfickt in der Birne ja, der steht ja dann direkt hinter mir du bist wie festgeklebt, wenn nicht einer trifft das liegt am Sekundenfleber-Style das ist ne Mod ja, ich baller den in die Fresse einfach mal daneben und so ich hab einfach doch gesehen wie da einer weggesliped wurde das war ich ja, nein Rache an mich hier alles andere ist schwul oder so ach ich sehe andere denken ja auch von mir, ich bin schwul ich bin schwul frage ich doch scheiß Omo so jetzt hab ich ja gezeigt, wie man am besten stehen bleibt damit man auch garantiert jetzt bleibt doch mal stehen wenn es denn gekillt wird wo sind die nächsten wo sind die Gegner komm, Leumann macht hier noch mehr Krips wie ich wenn das so weiter geht NEIN KANFLABRIKKE 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 BRONZE guck mal er hat nur 1 kill mehr als ich aller 1 kill junge guck mal wie viele Punkte guck mal wie viele Punkte wir auseinander sind aller nochmal das 2 oder was ja man nochmal das 2 ok nochmal schwul 2 ok nochmal schwul 2 schreibs auf die Rechnung ok für auch gleich homo ja mit lukas kommt schon die griechen das ding ich hänge irgendwie auf den team will ich habe jim geholt ich will jetzt schon geholt los geht's ne neue runde neue mann lp streng dich an neues elo-tricks ja er stiert mir ein könig oh 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 einfach mal auf kopf wieviel hast du noch? ja mein verschuldet jetzt rennt der penner weg ich schwörste ich krieg so ne meisen mit dem wixer so ne meise jetzt dreht er sich um nein wie kann er nur lol ich hab leicht pädophile gedanken gerade wie bei der seite wo wir vorhin waren mit der kleinen potanerin ok jetzt gehen wir hier nochmal auf die mitte lane ne und pushen komm wir pushen hab ich doch gesagt wir pushen aber was ist das für ein scheiß man einfach pushen komm wir und jetzt die ulti ich lieg auf letztens los macht deinen zwanziger haha lauf nicht weg nein oh lauf doch nicht weg aber ich ne ich hab sofort nur noch Piggy ne ja aber für immer piggie 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 Troy hat mich uuuu und ich rabe sie weg Denkt der, denkt der einfach nur weil er Allotricks ist Warte mal nicht mal rein auf Allo Wollte mich nicht Ey jetzt habt ihr euch aber gegen mich verschworen oder so ne Nicht mehr Allo aber nicht mal rein auf Allo Sind die Nades eigentlich schon erlaubt? Wouuuu Nein Ich hab keine Nades Ich hab keine Vollidioten Was du hast keine So und? Leg dich doch mal in den Penner Was ist die gerade aus dem Respawnschutz raus? Ich hab doch gesagt ich hab keine Vollidioten Du bist wieder auf die Presse jetzt Mein Bildschirm hier zeigt wieder Windows Aktivierung Weißt du das ist so behindert Warum stehe ich jetzt hier? Keine Ahnung Was hast du für'n Ping Junge? Warum war ich auf einmal bei Bisch? Ey die waren Ping als gar keinen wa? Konntest du dich sonst einsam fühlen Du Wichser Du Wichser Troy Ist treu Weil er ist Troy Aus Troy Aus Troy Yes Dunham Der Fande Der Fande Kenne einer von euch Chef Dunham Hat er jetzt geholt? Hier? Ne hat er nicht Alter Verpiss dich doch nicht Bleib hier Ich hab ja gesagt bleib hier Wollte einfach nicht auf mich hören Ja Es steht jetzt 3-2 für mich Denk dran 3-2 für mich Denk dran 3-2 Nein 3-3 nice Aber ich hatte dich voll krank Ja Ja und da standen sie zu zweit vor mir Kann ich gar nix machen Außer Elutrix Ist klar Ich hab mich mit der M4 aus der Anfernung Instant Book Ich dachte es wär ein Gegner Nope es war ein Hut auf Distanz Ja ich hab auch umsichtbar ein Bot an Weil ich schon scheichel spiel sonst Neben mir läuft Leunen Leun Ich benerst da Hast'n Chris? Äh hast'n Luke? Nein ich hab Loot für die Welt Ja jetzt Hat jemand ne Kurbel oder so? Ich schwör's dir Der war so ein Wichser Der ist die ganze Zeit gejumpt ne Jumpt ne Push the button ne Ja 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 4-3 für dich Aber warm aufkommt bei dir Nö nicht mal Ich hab voll auf dein Bümel gezielt Musst du dir nachher mal angucken So hat den jetzt jemand da geholt? Nee Nee Nope Fuck hat er mich gefistet Mann Leute mir Ja und da kommt der nächste Und ich bin Gang Gangbang Style alter Der hat mich durch die Wand mit Da Ja alter Mit der Fiskung alter Kann ja nicht normal sein Jeff Dunham Wo ist der nächste hier? Bin doch nicht behindert oder so Ich bin richtig behindert alter Ich bin doch nicht mehr ein normales Fresse Wo sind die Gegner? Komm Voll dir deine Rache In den Kopf Schau mal was von Domination gehört Ich peiche Domination Ich peiche dich aus So So richtig no name Like steht an der Ecke Ballert mich weg Richtig Richtig Instant alter Das Ballert doch nicht Merklar Da steht der da einfach so. Tja! Da springt der und tötet den Stern. Jo! 4, 4, 2, 1. Das war One Shot. Auf Distanz. Scheiß Leute, Quasche. Was sind die Bots bitte bestellt? Ja, was ist das? Joa Mini, ich bin wirklich. Nice! Jo, ist klar. Ja. Dann, wenn ich kein Leben mehr hab, kommt der da um die Ecke. Das war wieder One Shot, ne? Ich zieh dich nur noch so. Ja, ist klar. Diese Scheiß-Bots. Na, keine Ahnung, was die gestellt sind, ey. Wahrscheinlich auf Gold-Liga 5000. Overline 1000. Die Zeit-Karin geht ja fünf Minuten, Scheiß dagegen. Ja! Weißt du, ich steh da, ich tu keiner, fliege was, ne? Er schleicht sich von hinten an, tot. Nice, Ausgleich. 5,5. Noch eine Minute. Der kommt um die Ecke, glaubt, verpasst mich den Plan Shot. Was steht da oben? Bom, alter. Weil er es kann, weil er es kann. Weil ich es kann. Gehattet hatte. Oh, Tricks, alter. Warum krieg ich den nicht mehr gehattet, alter? Was geht denn bei dem? Hat der ja Hackern gemacht, ne? Weil er Bot ist. Steh da vor, ziel erstmal voll über seiner Birne. So behindert wie ich bin und treff trotzdem nichts. Boah, du, was machst du, oder? So geht das. So muss das sein. Yo. 3, 2, 1. Boah. Du bist behindert in der Fresse. Lass mich applaudieren dir. Und ich war last kill. Der hat einen kill nervig. Aber dafür ist er zweimal das. Du hast 6,5 nicht gewonnen. Gerade so, ehrlich. Gerade so. Ja, gerade so. Eine Runde noch, ich wollte mal sagen, in der Karten war das Video, oder? Keine Ahnung. Wir können so lachende schwul sein, wie wir wollen. Weil das hier ist generell voll die behinderte Fotzenkacke. Und zwar ein ständig. So, mal sein Pimmel in den Sack gespür. So, jetzt komm mal, der läuft mir rüber hier. So, du, äh, jetzt mal, warst du aber fett deine Fresse, ja. Da lose ich ja der Abster. Bist recht? Einfach hier spiel. Ah, der Jax super bei mir. Ja, wenn du mit seinem Team bist, genau, warum? Also ich war auch bei mir so. So, Gegner-Team, kein Ding, leck ich nicht. Was? Ich hab Angst. Warum? Weil ich heiß bin. Du hast gerade jemand mit zwei Headshots vor mir gedreckt, Alter. Ich hab nur aus der 2-Kling-Kling gehört. Jo, ich wusste warum. Bomben. Hauptsache ich hab dieses Bild vor mir. Wo man das Team will, kann ich nicht weg. Das ist jemandem Leben, Mann. Das ist jemandem Leben, Mann. Und ich bin nicht weg. Und ich bin nicht weg. Weil ich als Basti bin. Und so lange am Leben, bis er von mir getötet wurde. Wow, das Fenster geht weg. Welches Fenster? Wo man Team wählen kann. Da musst du Escape drücken und dann nochmal Team wählen. Wo zieht der Bot hin? Achso, dann ist... Achso, okay. Meister? Jo. Bitteschön. Und dann... Hat er? Sehr scheiße, Alter. Sehr scheiße. Immer mit dich an der Nase kratzt, wirst du getötet. Ich wollte mich von dem killen lassen, ey. Und dann kommt hier der Loll, Alter. Wie soll denn das Video bitte ein Misserfolg werden? Wenn der Typ ständig an killen ist. So kann das doch nichts werden. So kann ich nicht arbeiten. Put Jeff gehenshotted. Haha, Jeff. Dann... Ja, du kriegst das gar nicht. Ich guck ein Hügel hoch. Auf einmal seh ich nur, wie... Noch so'n Ding, was man niemals tun sollte beim... CSGO zocken. Weggucken. War gerade vollkommen desorientiert. Die ganze Zeit. Nee, das ist einfach nur schwurren. Ja, das finde ich immer noch, dass man bei CSGO nicht rennen kann. Aber okay. Ich guck mal. Wo seid ihr denn hier alle? Ja. Da war ein Asport. Ich war's. Wie sich das gefickt wurde. Von einer Bete. Ja. Jeff kennt. Wer hat da kämpft. Ja. Ha! Ha! Ich springe runter, der schießt auf den Feind, misst mich instant nochmal an und schießt auf mich, dein scheiß Hacker Hacker Bot Fick dich Jeff Dann hören Einfach nur, weil es Tradition ist Also ich habe gehört, Piki ist gerne Popel Oh ja Piki, möchtest du dich mal dabei filmen, wie du das machst? Nein Warte Ich bitte mit dir du willst Du kannst auch mal in den Teams fahren Ja, ist klar Das hat der für ein Aim Ja, ich spawn wieder vor Feinden Wo bist du? Bazar oder was? Oh Oh Ah Chat Hat mir Kp ist Ich suche hier vergeblich den Razer Nein, ich habe eins geweckt Nein, Bonzon, Mann Bon Jovi Ja, Bon Jovi Ja, Bon Jovi Und dann klaut mir wieder nen Oh Okay Du Diese Bitch, Alter Ja, und dann kommt er mit der Aug Alter Verpiss dich mit der Aug Ich wirst ja Junge, jetzt wird SG gespielt Ja, da sitzt der die ganze Zeit Du kommst angelauft, bist jetzt nicht weg Ich spiel Britten, Wurensohn Okay Au Wahnsinn, zu zweit, Alter Die Bots sind voll die Noobs Die spielen alle für sich selbst Nein Das Problem ist, die haben damit auch noch Erfolg Ja, die Gegnerbots Ich wette die gucken so nachher insgeheim in ihre KD rein So um wir denken sich nur so das sind weggefegt ich schieße durch die Kiste alter und krieg den nicht was ist denn das Hacker wir haben uns die ganze Zeit nicht gesehen so ich vermute dich langsam ich glaube es einfach nicht ich tue mich einig verarschen oder so aufpassen 2 0 bei Lukas für mich aber wir sind zu dritt und die auch nichts machen ja wieder überraschend oder auch nicht ein 1 haben wir trotzdem noch gut getroffen uuuhhh 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 Alter, ich bach, ey nicht mal was abgekriegt hat der Wichser. Boah, da sind wir jetzt schon 4-1. Uhhh, 4-2. Hat doch verkopfen. Die Spawn-Dauer hat hinter mir. Ja, das ist scheiße, das ist ne kleine Map halt, ne? Ja, aber dafür ist... Okay, 4-2 bei, äh, Piggy und ich glaub... Boah. Nicht so, äh... Ach, diese Scheiße fällt weg, ich will, die sind direkt... Und 2-2 bei Ding und so, ja, fick dich doch. 3-2 genug. Ah, aber wenigstens erstes Stückchen. Hör. Verreckt, Jeff. Jeff the killer. Ja, wie viel AP hast du noch? 71. Ja, ist richtig. Ist ja nicht so, dass ich deinen Kopf getroffen hätte. 4-4, ne? Jo. Alter, ey. Wie viel Leben hast du noch, alter? Boah. Wie viel? Führung. Ey, das... Wie viel AP? 3. 16. 3 AP. Ey, wie will ich doch verhasen? Ach, Bixer. Bitch. Ey, aber gut getroffen. 2 AP. Ich hab gut getroffen. Ja, ja. Ja, komm, ich hatte 60 AP. Ja, ich hab dich jetzt mal ehrlich, du hättest mich schneller ficken können. Ja. Du meinst Wien? Nein! Führung. Ne, war das nicht Ausgleich? Nein, war Führung. Ah, scheiße. Mal ein Punkt. Nur noch 3 Sekunden! FUCH! Aber ich bin endlich mal dritter! Hello Tricks ist ein Nichts gegen mich im CSGO. Ich bin behindert und gut. Gute Runde, gute Runde. Oh man, bin ich scheiße, man. Ich bin zu blöd, um zu verlieren. So, hier geht's aber erstmal. IFK, Junge. Das war Dinge, die ihr nicht tun solltet, wenn ihr versucht, es nicht zu tun. Hashtag 2. Also, schaltet ab ihr... ...Versager.